Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. So, die Lofos werden jetzt rübertranspiert. Dann sehe ich, muss ich ein Foto von einem Dracorex machen. Ich glaube, ich bin noch nicht im Besitz eines Dracorexes. So, hier. Ja, 91 Prozent. Habe ihn aber auch schonmal ausgeputet angeblich. Ich weiß, wie, was, aber eigentlich auf dieser Insel. Gehe ich schon aus. Das heißt, dann wird es wieder zu, wieder zu, wieder zu, wieder zu, wieder zu, wieder zu. Alles klar. Toll, ich stehe jetzt auch nicht bei, welches... Hier. Oh, kann keiner. Aha. Oh nein. Er ist krank geworden. Zack. Zack. Ich fülle das auch gleich nochmal auf. So. 800, ey. Full... 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 Hütte. Naja, ich verkauf da hier den Hütten. Doch, billiger. Egal. So, dann mal gucken. Ich brauche Nahrung und Getränke noch ein bisschen mehr. Das schreit ja fast. Super, ne? Machen wir im Restaurant hier in der Ecke. Kriege ich es hin? Kriege ich es hier so hingebaut? Das sieht richtig heftig aus. Perfekt. Perfekt. Das heißt, ich halte der Kommissionsfoto von einem Dracorex. Ich glaube, wir haben mal löschen, oder? So, die beiden sind sofort fertig. Na, ich kann ja hier, oder? Da. Der Draco. So, frei lassen. Frei lassen. So, und dann... Ui. Kopter. Täuben. Oho, wir sehen mal besser. 3,9. Brauchen 4,5. Das ist auch noch. Angetäuben. Perfekt. Oder? Aber 12. 12. Und die viele brauchen 2. Das heißt, wir müssten mindestens 2 von denen machen. Wer es ja machbar 2, 4, 6, 7, 8 drin, können wir immer noch viel drin. Und das mit reinpacken. Das heißt, wir brücken die hier aus. Aber wir müssen das Gen noch pimpen. Wir können ja dann bestimmen inzwischen bessere Sachen. So, 12% nochmal. Nummer 12. Und hier nochmal 10. Perfekt. Ausbrüchen. Ausbrüchen. So, Tä. So. Dann kann der Zaun da jetzt auch weg. So. Ja, die können auch bis 18. Das ist gut. Super. Das ist jetzt fast fertig. Und hier bin ich ja auch sofort durch. Aber Fossilien habe ich nochmal. Den komischen neuen Dino. Oh. Das war's schon. Die Steppe ist jetzt verfügbar. Danke. Oh. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir viele Feinde. Leute, Firmen, Organisationen. Sie schrecken vor nichts zurück, um an unser Wissen und unsere Technologie zu kommen. Wissen Sie, nicht jeder mag mich. Manche sagen, ich wäre kalt und humorlos. Oh. Hart. Aber die wissen nicht, was ich weiß. Was Doktor Wu weiß, interessiert mich nicht. Aber was er mit diesem Wissen vorhat, das bereitet mir Sorgen. So. Nochmal einmal Unterhaltung. Äh. Insetrechen. Findetiv zwei Fleischfresse. Fussilien überhaupt. Alles klar. So bescheuert. So. Zwei Dracorexe. So. Weidrachin. Das fahren wir dann mal eben hin. So. Ich muss mich jetzt eben... Mischung. Mischung. Fassier. Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können sie der Unterhaltungsabteilung nicht erzählen. Muss repassiert werden. Ey. So. Wie sieht's denn? Ja. Wir haben hier hinten noch. Kriegen wir hier hinten noch irgendwo einen. Ah. Das wäre so cool, wenn wir hier noch einen Schutzrahmen hinkriegen würden. Und ne Sturmabwehrstation haben wir hier hinten auch nicht. Toll. Ja. Es ging doch gerade. So. So. Die Ranger düsen jetzt hier rum und reparieren alles. So. Fleischfresser zu suchen. Das heißt wir werden jetzt ein und ab zum Ceratosaurus Gebiet machen. Nirgendwo haut ein Dino. gegen einen Zaun. Gegen einen Zaun. Ich weiß zwar nicht wieso er das gemacht hat, aber er hat's getan. Ich höre immer noch ein Woller an. Ich höre immer noch ein Woller an. Wieso kein... Ah. Da hab ich gekannt. Dann. Lösch. Lösch. So. Okay. 12. Da sind sie schon ab. Toll. Ich weiß jetzt echt nicht wieso sind sie denn jetzt ausgerastet. Hm. Gut. So. Das ist super. Und alle drei betoppt. Das heißt wirklich nicht. Okay. Gut. Dann hier nach. Da hinten. Da. Schutzreibe öffnet. Schutzreibe öffnet. Da hinten sind auch drei andere die das auszubrochen. Oh. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Die Dillofuss. Hey. Ich höre war die Expedition ein Erfolg. Sehr gut. Ja. Produkttransport wird durchgeprüft. Kommt auf die Liste. So. Hä? Hä? Ich finde es auch irgendwie geil dass der keine Bedrohung ist. Die drei sind eine Bedrohung. Ehrlich? Hä? Hä? Oh mein Gott. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch im Zaun. Und. Ach du Scheiße. Wie könnte das denn passieren? Wieso ist das überhaupt leichter? Das hier sollte eigentlich kein historischer Käfigkampf werden. Wo ist jetzt der andere? Krieg ich ja auch noch drin. Hä? Ich hatte doch vier oder nicht? Eins. Zwei. Drei. Achso. Der andere schillt hier hinten noch rum. Und keinen interessiert. Oder wie? Boah. So. So. Wo ist der andere? Der andere ist schon betäubt. Boah. Was für ein Stress hier, ey. Warum wird der denn nicht als Bedrohung gemacht? Wenn das keine Bedrohung ist, ja hier. So. Okay. Ich habe eine neue Forschung. Und zwar kann ich jetzt auch noch den Strytra? Strykos? Und noch den Dino. So. Und ich habe jetzt hier auch alles. Das heißt, der nächste neue Auftrag wird für die Sicherheitsabteilung. Das ist klar. Das ist gut. Mh. Mist. Mist ich. Transport abgeschlossen. Achso. Ich muss noch ein Foto von Dracorex machen. Was ist denn? Was ist denn? Scheiße. Aber kein. Der Dracorex war wohl nicht. Keine große Kunst. Aber mir gefällt's. Ich habe wohl nicht genug drauf. Das ist gut. Schracker Schnappschuss. Sowas gelingt nicht oft. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Ja. Ich habe das. Ich habe ihn toll hingepflanzt. Okay. Hier ist eine Gelegenheit sich zu beweisen. Ich muss jetzt. Hier. Sicherheiten machen. Weniger als eine Minute. Ist klar. Es bedeutet. Wie viele Prozent. Wie viele Prozent. Wie viele Lufriken. 89. Hier so. Hier. Ja. Ich habe schon eine Super Sichtbarkeit. So. Hab sie den Fossil hier. So. Ähm. Ich würde ja jetzt gerne nochmal. So eine Station hier bauen. So eine Station. So, 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 so. Perfekt. So, kein Strom, ich weiß. So, dann kommt sie hinten. So, das geht leider nicht, nötig Strom, das heißt unsere Kraftwerke sind Asche. Ich weiß ich würde das hier neben... So, kannst du ja noch kein Glanges? Irgendes Ich brauch erst soviel Wissenschaft, und nö Und das machen, hm, schade, egal, baue ich noch mal einen kleinen, steck wieder hier Neben So Getränk und Nahrung brauchen wir Dreck dran gestiegen So Ich habe den hohen Tieren von ihrem Erfolg berichtet Ja Gut gemacht Die hohen Tiere, mach mal So, ihn noch neu annehmen Fleisch Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein So, dafür haben wir jetzt schon 70 Das sind ja echt nicht gute Grundwerte 26 oder so stand da nur So, Entschuldigung Oha, das hat echt eine schlechte Bewertung Und man bedenkt, ich habe erst 13 Aber ich habe doch Hier, wenn ich den freigeschaltet habe Und dann Start nochmal gut 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 So, Fleischfresserfossilchen Wenn wir hier mal Habe ich ihn hier als eine Minute Okay Greif nach den Sternen 4,5 Ja, wir sind jetzt bei Glatt Angeblich 4, obwohl diese Anzeige hier unten Nein, deutlich mehr als viel Sacht Mhm, geringe Kapazität Ich brauche ein weiteres Hotel Das ist bestimmt sauber für Oho, ja, nur 15% Okay Wohin hier so mitten ins Wohin hier so mitten ins Wohin hier hinten hinten Was sagen wir hier hinten hinten So? wir haben da ein neues angebot so nehmen wir jetzt noch eben schnell eine reitagsmission an solche aufträge gibt es nicht jeden tag schauen sie ihn sich mal an ok auf alle fälle war es das auch schon wieder mit der heutigen folge von let's play us world wir sehen uns bei der nächsten folge tschau